Jetzt mal ganz ruhig hier schnell spielen Let's fucking go Ciao ragazzi was geht euer Skoumi am Start und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Streamer Battles Heute auf Interchange der letzten Map für 2TwistedTV Heute gegen Illusion Wird er es schaffen diesen schönen Pokal mit nach Hause zu nehmen? Das ist die Frage Ich bin sehr 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 gespannt Schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende Schreibt mir gerne in die Kommentare Bevor ihr das Video schaut was ihr denkt ob er es schaffen wird oder nicht Vergesst nicht das Video zu liken Und lasst mir gerne ein kostenloses Abo da Support ist kein Mord Ragazzi und jetzt viel Spaß Oh der Skab hat auf den Gegner geschossen Dann wollte der 2TwistedTV erst auf den Skab schießen Hat dann gesehen dass der Skab auf den Gegner schießt Und 2Twisted seinen ersten Kill Uuuuh Zwei Low Gear, zwei Low Gear, zwei Low Gear Die erste Den ersten hat er Noch einer Er sind 3 Boom Das ist noch einer Den hat er noch nicht gehabt F*** dich du kleiner Hatchling Drei Leute weg Einfach ja ihm fliegen die Points zu Damit schon Immenser Vorteil Für Illusion Steht 3-1 Du brauchst gar nicht Rasmus in den Weg laufen Er weiß es, er weiß es einfach Und das war Nummer 4 Und das war Nummer 4 Das war Nummer 4 Das war Nummer 4 Und das war Nummer 5 Drei Mal abfahrt hier Nummer 5 Und jetzt versuche ich den Killer Farmer hier zu holen. Da läuft er. Da läuft er. Super stark. Super stark. Krass. Schöne Fock. Schöne Fock. Ne, ist der Closter. Kommt da, kommt da, kommt da. Die zieht sich erstmal zurück. Super krass. Super krass. Hipfire einfach on point. Ich weiß gar nicht, ob wir es in den ganzen Wochen mal hatten, dass du TwistedTV überhaupt mal im Rückstand war. Und knallt raus. Ein Minus. Damit steht es 6 zu 5. 6 zu 5. Das wird hier eine ganz, 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 ganz knappe Geschichte, Ragazzi. Legt sich hin. Und noch einen weg. Und noch einen weg. Gleichstand. Und kriegt auch Schatz ab. Und weiß direkt von wo. Hält den Engel. Und hat ihn. Gleichstand. Gewinn den Fight. Oh, da schießt noch was. Da schießt noch was. Mit Grün. 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 Und gewinn die Fight auch noch. Ist grad mit ne halbe Stunde vorbei. Und da hat er einen. Auf der Killerrampe hier. Der war aber schnell unterwegs, der Junge. Wursta. 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 blut. Wursta. Und gewinnt den Fight auch. Und gewinn den Fight auch. Damit ist die Runde schon mal nicht wasted. Und bei illusion. Macht ja noch, Sniper und legt ihn. Badabang, badabang Ab die Fahrt hier, Alter Und da geht's ab, und da geht's ab Und da will er mitmischen Regal Da liegt er, da liegt er, da liegt er Wartet, dass er aufsteht Steht auf Und dann geht's ich Nächster Tod Oh, lebt noch, lebt noch, lebt noch Krieg die nicht hinter der Wand Links war auch noch was Den hat er, den hat er, den hat er Den hat er auch noch Nummer drei, renn weg Nummer drei, renn weg Du tust dich auch von außen hinterher Will ihm den Weg abschneiden Nate fliegt Ja Keine Chance Back Ach fuck, man To Lobby Fucking Waschmaschine OP, Mann Alter Ich hätte das wär'n Gegner Mann Er ist so angespannt, Mann Das ist so krass Boah, das ist so krass zu sehen, einfach Jetzt muss er Gas geben Vor ihm, vor ihm rechts, vor ihm rechts Nate fliegt, guter Wock, guter Nate, guter Wock Hinterm Stein, hinterm Stein Wartet ab Noch ne Nate, Vorsicht, Vorsicht Piekt Zirkelt rum Es sind halt zwei, kriegt fast ab Heavy bleeding Kein Stim drin, oh mein Gott Genial, auf die Beine schießen Auf die Beine, auf die Beine, von links, von rechts Boah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Boah, super schwierige, Brose, einfach super, der muss sich zurückziehen, zieht sich zurück Das ist unfassbar Rechts Rechts Aaaaaah, der Spray Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er was getroffen hat, ich weiß es nicht Er weiß es auch nicht Er hält sich zu lange mit den beiden auf Mann, ich verspende zu viel Zeit Da muss er ran Da muss er ran Und er weiß es Hoppenfield Hoppenfield, er macht's Ja Und durch die Leitflacke, Alter Ist Blaumütze auch tot Oder waren es beide, waren es beide Ganz unerschrocken hier Oder war das Blaumütze Blaumütze Wo ist der andere Da ist der andere Da ist der andere Von wo denn? Vor ihm Aaaaaah Aaaaaah Es war's down Hat er zwei, hat er zwei, hat er zwei Hab ich ihn oder hab ich ihn nicht? Er hat beide Er hat beide Er hat beide Zwei Boys Zwei Boys Die muss er komplett outplayen jetzt Blut klebt Boah Und den einen hat er hier schon genascht Komplett aus dem Leben gefeuert Mein Gott Ist der stark Hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm Hat sich noch gerettet Da ist der Gegner Druckt sich weg Falscher Fokus glaube ich Oder ist er nicht weiter rechts? Nein Ist er nicht Und noch einen dritten Und noch einen dritten Egal, was oder wen schießt du da Okay, jetzt hat er Seht ja wenigstens die Beine Jetzt Peace Jawoll Da ist auch noch einer drin Es sind zwei Gehittet Den hat er schon mal Den hat er schon mal Der Ahnung, während er näher entfliegt Da kommt noch der Zweite Geht nach Hat nicht viel abgekriegt Komm schon Jetzt mal ganz ruhig hier Schnell spielen Oh mein Gott Let's fucking go Wait a minute Was tue ich hier gerade? Nein Spawn Ich vollpfosten Was tue ich hier, Mann? Was tut er? Wie einfach schon vorher weiß, dass der Gegner umfällt Schießt noch ein zweiter auf ihn Fuck me, Mann Ich bin ein Vollidiot Das hat er gesagt Hör doch auf Wer soll den Mann aufhalten? Wer soll den Mann aufhalten? Das ist einfach nur krank GG's auf jeden Fall An alle beide Also das war wirklich Zu Anfang ein Kopf-an-Kopf-Rennen Tootwistetv konnte sich dann durchsetzen Aber nichtsdestotrotz Das war eine hammerkrasse Leistung Wirklich von beiden Und es steht 38 Kills Für Tootwistetv zu 25 Und damit Bitte neige dein Haupt Ähm Ja neige einfach dein Haupt in die Kamera So ein bisschen Guck einfach ein bisschen nach oben Ja warte Ja warte Ja warte Moment Ja Soll ich mit Mikro runter Oder nur alleine runter? Alleine Und damit Ragazzi Ist Tootwistetv The King Of Tarkov GG's Und erhält diese Krone Up Noah آ Nein Do I I I I I 心 I 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 Vielen Dank.